WDR 2 Radio zum Mitnehmen Kabarett Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Und wieder hat unser gebeuteltes Land eine Schicksalswahl unfallfrei überstanden. Gut, der Ausgang der Wahlen in Meckpom findet jetzt nicht unbedingt ganz so viel Beachtung wie das Abschneiden von Lena beim Eurovision Song Contest oder die aktuellste erotische Eroberung eines Lothar Matthäus. Aber die Medien versuchen doch tapfer, dem Wahlergebnis eine Bedeutung zuzuschustern. Erstmal wird vor allem darauf verwiesen, dass nur noch 51% zur Wahl gegangen sind. Ich würde sagen, immerhin noch 51%. Man könnte da auch mal stolz darauf sein, dass in einem so armen Land wie Meckpom so viele wackere Demokraten bereit waren, kostbare Schuhsohlen abzunutzen, um zu einer Wahl zu latschen, deren Ausgang so spannend war wie die Frage, was passiert, wenn ich ein rohes Ei gegen eine Betonwand werfe. Zugegeben, dass die FDP jetzt schon mit der 3%-Hürde kämpft, war eine mir nicht unangenehme Überraschung. Aber solange jene Verwegenen, die sich trotz ihrer politischen Überzeugungen immer noch Liberale nennen, das Totenglöcklein als Weckruf interpretieren, mache ich mir keine falschen Hoffnungen. Die FDP ist schon öfter vom Totenbett wieder auferstanden, als einem lieb sein kann. Unkraut vergeht nicht. Ansonsten stürzen sich alle Berichterstatter auf den Wiedereinzug der NPD in den Landtag. Na, wenn die Anwesenheit des unappetitlichen braunen Gesocks im Parlament das einzige Problem ist, bei dem dringender Handlungsbedarf besteht, da kann man diesem Bundesland doch nur gratulieren. Aber jetzt kommen die unvermeidlichen Rufe nach einem Verbot der NPD. Märtyrer schaffen ist immer prima. Natürlich könnte man die NPD verbieten. Aber dadurch verschwinden doch nicht die Menschen, die anfällig für Stumpfsinn und Rassismus sind. Blödheit kann man nicht verbieten. Man kann nur dagegen ankämpfen. Und da sehe ich durchaus Erfolge. Die NPD hat in Meckbom einen sehr aggressiven und aufwendigen Wahlkampf geführt und hat trotz einer für sie extrem günstigen Ausgangslage und einer niedrigen Wahlbeteiligung etwa 10% ihrer Wähler verlor. Die Menschen sind verunsichert durch Euro-, Finanz- und Schuldenkrise. Mehr als 20% der Bevölkerung sind zu einer dauerhaften Existenz im Niedriglohnsektor samt Aussicht auf Altersarmut verurteilt. Wenn die Menschen dann angesichts der offensichtlichen Ratlosigkeit der etablierten Parteien nicht in Scharen zu den braunen Rattenfängern überlaufen, lässt das doch hoffen, dass unsere Demokratie stabiler ist als viele befürchten. Wir müssen damit leben, dass es Unverbesserliche gibt in unserem Land. Und um eine Partei dauerhaft unter 5% zu drücken, da bedarf es schon solche Experten wie Westerwelle, Rösler, Brüderle und Co. Bis neulich. Bis zum nächsten Mal.